Herzlich Willkommen! Wir zeigen Ihnen jetzt, wie in unserem Familienunternehmen Royal Teppichpflege und Atelier Ihre wertvollen Teppiche behandelt werden. Nach der kostenlosen Abholung Ihres Teppichs wird er vermessen. Weiter überprüfen wir Ihren Teppich auf mögliche Schäden wie Mottenfraßstellen, beschädigte Kanten oder fehlende Fransen. In unserem hauseigenen Atelier führen wir alle Arten von Teppichreparaturen aus. Dabei verwenden wir Materialien, die wir durch unsere Reisen in die Herkunftsländer wie zum Beispiel Persien, Türkei und andere Regionen mitbringen. Ob bei kleineren Reparaturen wie dem Aufnähen von Lederbändern, dem Abnehmen und Befestigen von Fransen oder aufwändige Restauration von Löchern, Brand- und Mottenfraßstellen, fließt die jahrzehntelange Erfahrung, die Liebe zum Detail, das fachmännische Können und der Wille einer originalgetreuen Reparatur und Restauration unserer Knüpfmeister ein. Im Lauf der Zeit können die Längskanten Ihres Teppichs beschädigt werden. Wir ketteln die Kanten von Hand neu und bringen so Ihren Teppich in sein originales Erscheinungsbild zurück. Je nach Ursprung des Teppichs kann man die Kanten einfarbig oder mehrfarbig ketteln. Die beschädigten Fransen mindern nicht nur den Wert Ihres Teppichs, sondern beeinflussen auch negativ dessen Erscheinungsbild. Durch das Erneuern der Fransen kann so das Originalerscheinungsbild wiederhergestellt werden. Die Länge der Fransen können Sie frei bestimmen. Je nach Art des Teppichs werden Fransen aus Baumwolle, Wolle oder Seide angesetzt. Bei den feinen oder Seidenteppichen werden dünne Fransen verwendet. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie der Teppich vor und nach der Reparatur aussieht. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihren wertvollen Teppich anvertrauen. Rufen Sie uns einfach an. Wir stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.